Menschen, die ihn kannten, sagten, er sehnte sich seit langem nach seinem Heimgang. Jetzt die Bestätigung. Benedikt XVI. ist heimgegangen. Bei mir im Studio ist Bild-Chefredakteur Johannes Boje. Johannes, was bleibt von diesem deutschen Papst von Benedikt XVI.? Es bleibt die Erinnerung an einen Mann, der ein unheimlich scharfsinniger Intellektueller war, ein herausragender Theologe war und der trotzdem die Menschen wirklich begeistern konnte. Wenn ich an den Weltjugendtag denke, wo er so viele Menschen begeistert hat, wenn ich daran denke, an das große Wir-Gefühl, gerade in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt, als dieser neue Papst die Bühne betreten hat, dann ist das sehr, sehr außergewöhnlich, dass jemand, der so scharfsinnig, der so intellektuell ist, gleichzeitig auch so massentauglich ist und so emotionalisiert und die Leute wirklich mitnimmt. Ich war selber 2012 auf dem Petersplatz beim Ostersägen, das letzte Mal, bevor er zurückgetreten war. Da waren in der Tat Menschen aus aller Welt und es war ein faszinierendes Gefühl. Dieser Moment, als er dann ein Jahr später zurückgetreten war, auch das war ja ein Jahrhundert, wenn nicht Jahrtausendereignis. Ja, er war ja erst der zweite Papst in der Geschichte der Menschheit überhaupt, der zurückgetreten ist. Das sieht die Kirche so eigentlich gar nicht vor. Insofern eine Revolution. Er hatte kurz davor noch das Grab des Papstes, der viele hunderte Jahre zuvor zurückgetreten ist, besucht, hat sich offenbar mit der Biografie befasst und hat dann für sich selber den Entschluss gefasst, das mache ich auch. Trotzdem schon allein, weil so viele hundert Jahre dazwischen liegen, kaum vergleichbar. Es war wirklich eine Revolution für die Kirche und es zeigt ja auch von einer enormen Fähigkeit zur Selbstreflexion zu sagen, ich möchte dieses Amt nicht mehr, ich kann es nicht mehr so ausfüllen, wie man es heute ausfüllen müsste. Und deswegen trete ich zurück. Das erfordert ja eine enorme Kraft, auch sich selbst einzuschätzen und dann die Konsequenzen zu ziehen. Also auch in dieser Hinsicht ein absolut bemerkenswerter Papst. Acht Jahre lang war er Papst. Es war eine turbulente Zeit, wenn man es vielleicht so sagen kann. Einerseits hat er sich bemüht, du hast gesagt, ein intellektueller Papst, der hat sich einerseits bemüht um Aussöhnung, auch mit der orthodoxen Kirche. Er ist nach Istanbul gereist, in die Türkei, er ist nach Moskau gereist, nach Russland. Er war sogar in Kuba bei Fidel Castro. Andererseits eben auch die Vorwürfe der Unnahbarkeit und auch nicht mehr im Hier und Jetzt zu sein. Er hat sich gegen Homosexualität ausgesprochen, gegen die Benutzung von Kondomen, auch in Hochzeiten von Aids in Afrika, beispielsweise und natürlich auch gegen Abtreibung. Gut, aber da muss man auch mal sagen, das war eben auch der Papst der katholischen Kirche. Und da finde ich persönlich auch immer, dass die Ansprüche, die an den Papst herangetragen werden, oft von Menschen kommen, die mit der katholischen Kirche gar nichts zu tun haben. Das Kondomthema vielleicht mal ein bisschen außen vor, weil es hier wirklich um Gesundheit geht. Aber was die anderen von dir angesprochenen Themen betrifft, da ist doch auch klar, dass der Papst ja auch ein Hüter der Kirche ist und ein Hüter der Werte der Kirche ist und deswegen natürlich auch nicht allzu weltlich werden kann und sich auch nicht an den Zeitgeist anpassen kann. Das ist ja eher was, was dem aktuellen Papst jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr passiert. Ich finde das eigentlich, muss ich sagen, ganz sympathisch, dass gerade in einer Zeit, in der viele Menschen Orientierung suchen, die sie auch von ihrer Kirche erwarten, die Kirche sich nicht dazu hat verleiten lassen, immer weltlicher, immer offener, auch immer banaler zu werden, sondern dass das Intellektuelle und auch das Fordernde bei diesem Papst immer mitgeschwungen ist. Ein Schatten, der auf jeden Fall auch über seinen Pontifikat lag. Waren die Vorwürfe nicht entschieden genug, gegen den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche vorgegangen zu sein? Ja, das stimmt und das ist natürlich ein Schatten, der über diese Biografie wirklich liegt. Das ist auch eine wirklich große Tragik. Denn einerseits muss man bei diesem Papst ganz klar sagen, dass er es versucht hat. Er ist der erste Papst gewesen, der sich mit Missbrauchsopfern getroffen hat. Er weinte damals, er war sichtlich bewegt, das hat ihm viel ausgemacht. Er hat zum Beispiel der Kirche in Irland gegenüber viel größere Härte eingefordert, hat gesagt, da müsst ihr mehr machen bei dem Thema. Und umso tragischer ist es, dass das, was er selber getan hat, und er hat übrigens eine Menge getan, ja, aber das, was er selber getan hat, hat eben nicht ausgereicht, weil der Missbrauch in der katholischen Kirche so groß ist, dass selbst die Maßnahmen dieses Papstes nicht genug waren. Und darin liegt eine große Tragik. Und dann hat er natürlich auch erst jetzt in den letzten Jahren, das Thema geht ja immer noch weiter, es gibt Klagen und so weiter, da hat er Fehler gemacht, da hat er nicht klar gesagt, an welchen Sitzungen, wo es dann eben darum ging, welcher des Missbrauchs verdächtigte oder auch überführte Priester wird wie weiter beschäftigt, an welchen Sitzungen hat er wie und wann teilgenommen, das stimmte dann nicht richtig. Und dadurch liegt tatsächlich auf der Biografie und auch auf diesem gewaltigen Pontifikat ein Schatten, gar keine Frage. Ein historischer Moment auf jeden Fall für Deutschland. Ja, seit fast 500 Jahren war es ein deutscher Papst, der in Rom auf dem heiligen Stuhl saß. Jetzt ist er gestorben. Vielen Dank, Johannes Bowie. Vielen Dank.